Das ist nichts. Ich kriege also aus irgendeinem Grund kriege ich gerade voll die Augenschmerzen. Und meine Augen fangen gerade an zu drehen, am B. Das ist schon seltsam. Da hinten ist was. Schon seltsam. Was bist du für ein Baum? Ups, ups. Oh, das ist gut. Das ist... Okay, da werde ich definitiv Eisen kriegen. Ich will nur mal wissen, was du bist, wenn ich denn da hinkomme. Ah, die Mettenholz. Okay. Gut, wir haben einen Spot. Da werde ich mich jetzt mal runterwagen für Eisen. Monsters haben wir nochmal eben aus. Die lasse ich auch mal eben aus. Da habe ich Eisen. Sehr schön. Oh, Quarz. Stimmt, hier ist ja das System-Me. Okay. Oh, sehr schön. Sehr schön. Wir gehen mal eben hier Eisen holen. Ich glaube, ich bitte mir das nur ein, dass meine Augen drehen. Zumindest muss ich noch nicht weinen. Und falls ich weine, sage ich Bescheid. Kohle müssen wir auch noch haben. Wir haben keine Kohle mehr. Ich brauche einen Eimer. Ich brauche einen Eimer. Das wird zumindest ein Parallel. Ja, ja, genau. So macht man das. So macht man das. Ich denke immer, da kommt ein Creeper, aber das sind unsere eigenen Schritte, die so ein bisschen wie ein Zwischen sich anhören. Meine Fresse nochmal. Ist das gruselig. Sehr gruselig. So, Koffer würde ich jetzt nicht abbauen. Wir haben 14 Eisen, das ist sehr gut. Da drüben gehe ich das auch nochmal eben abbauen. So, haben wir noch irgendwo was? Höchstens wahrscheinlich hier drinnen. Da geht es auch nochmal hoch, aber ich glaube nicht, dass da... ...dass es da weitergeht. Wartet mal eben. Nina. Es scheint nicht der Fall zu sein. Boah, ich will mal eben gucken. Äh, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Äh, lalala. Oh Gott, wo geht's? Geht's? Ich habe keine Ahnung. Ich will jetzt nicht nachgucken. Also nicht großartig. Na, komm, komm. Boah. Dich nehmen wir mit. Wir brauchen dich. Da war nichts. Da war... Da waren wir. Da ist nichts. Wir könnten hier hinten nochmal eben gucken. Gott. Was für ein... ...Höhlen-Wassersystem. Okay. Da habe ich gerade Eisen entdeckt. Oh. 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 Oh, 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 oh. Okay. Da gehe ich nicht weiter. Ich gehe gleich wieder raus. Das wird auf jeden Fall eine Höhle sein, wo wir gucken gehen werden. Da setze ich gleich fackeln oder irgendwie... ...sich da... ...komme hier hoch? Ja. Uuuh. Ich muss auf Fall hochgehen. Ich und Wasserfall. Uuuh. 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 Ich bin... Ich bin... Ich bin oben. Ich bin oben. Ja, 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 ja. Ja. Oh Gott. Ja, da haben wir lange zum Fahren, ne? Also hier werde ich auf jeden Fall ein Boot, glaube ich, für bauen. Dann komme ich immer da rüber zum See. Zur anderen Seite. Ich kann auch drum herum, aber... Nee. Ich bin bequem. Ich brauche ein Boot. Fahrstuhl. So. Auf in die Deep Dark. Wapp. Bereiten wir uns vor. Habe ich noch... Habe ich genug Holz zu Hause? Ich weiß es jetzt nicht. Muss ich mal eben gucken. Dann nehme ich mir ein paar Kissen mit. So. Da wollte ich hin. Äh... Okay. Ich werde noch ein paar Kisten holen. Vorher... Schmeißen wir das Eisen rein. Zweimal. Zweimal, zweimal. Das kommt da rein. Dann gehen wir nochmal Holz fällen. Wir müssen eh mal eben warten. Dann gehe ich nochmal ein bisschen was holen. Die wachsen hier doch sehr... Sehr... Uuhu. Der ist auch schon... Sind beide gewachsen? Oder noch? Nee, nur einer. Nur einer. Sah gerade so aus. Der ist sehr pompös geworden. Also wenn da keine Sätze liegen gekommen, dann weiß ich auch nicht weiter. Ah, da, da. So. Wir haben sieben Stück. Er gibt's... 18, 18, 24... Ja, das reicht. Das reicht. Da kriegen wir... Zwei Doppelkisten. Zwei Doppelkisten. Ich bin voller Tatendrang. Ich weiß nicht warum. Äh... Ich bin so doof. Warum mache ich das eigentlich nicht so? Oh, guck mal. Wir könnten sogar eine fünfte machen, aber das machen wir nicht. Ich brauche Stein nämlich auch mit. Und... Ja, sehr schön. Ja, wir haben was Metall... Was Metallogier... Keine Ahnung, was das heißt. I don't know. Da bin ich raus. Gut. Das wird gleich ein Unterfang. Wir müssen uns so gut vorbereiten. So. Ein Armer Wasser. Danke. Halt. Die... Längsten brauche ich nicht. Dann setze ich hier wieder ein Weimchen hin. Viel zu weit. Aber... Ich habe eine Schaufel. Ich weiß, wie ich sein setze. Guck mal, die haut schon freiwillig ab. Äh... So, das da rein. Äh... Da rein. Das muss ich raus machen. Das Tischen, was ich mache. Ich habe so eine... Ich weiß nicht. Man hat immer so seine Angewohnheiten, ne? So seine Macken, Ticks und so weiter. Die muss ich echt mir so ein bisschen beim Let's Play irgendwie... Huch. Abgewöhnen. Machen wir hier noch zwei Fackeln hin und dann geht's los. Hat gepasst, Entschuldigung. Mir wird ein bisschen kalt. Ich kriege eine Gänsehaut. Nein, nein, nicht raus, nicht raus, nicht raus. Ich mache die jetzt mal eben weg. Und setze hier das hin. Das und das. So. Da, 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 da. Und dann das, das, das. Das dahin. Ich werde das ein bisschen hier etwas... ...i vergrößern. Also vergrößern werde ich es hier auf jeden Fall. So, es ist Schwachsinn, was ich hier wahrscheinlich mache. Aber das ist mir egal. So. Ich würde sagen, wir machen... ...da den Weg runter und hier machen wir die Kisten hin. Okay, so. Erstmal hier die Kisten, denn wir werden viel Plunder mitnehmen. Ich weiß jetzt noch nicht, wie ich da runtergehe. Am besten hätte ich mir vielleicht noch Leitern machen sollen. Ja, das wäre vielleicht besser gewesen. Ich gehe noch ein Stück nach da und dann gehe ich runter. Ja, genau. So. Jo, dann... ...wollen wir mal hier runter. Oh Gott. Also ich trau mich da ehrlich gesagt nicht wirklich runter, weil... ...das kann echt in die Hose gehen. Ähm. Ich, ich hole mir lieber Leitern. Besser ist, wirklich. So. So, wir sind wieder hier oben gelandet. Wups. Wups. Wenn ich da runter gucke, dann... ...macht mir das mal so ein bisschen Paras. Ach so, die sind... Ah, okay. Abends sind sie am Schlafen und Tag zu übergeben sein auf die Nerven. Gut zu wissen. Hab ich überhaupt genug für eine Leiter? Für mehrere? Ich... Ja... Ich... Ich... Oh... Oh... Nicht wirklich. Können wir nicht aus Steine Leitern machen? Äh... Bestricktminder. Okay. Auch... Ne, ja, okay. Doch hier Rostikl. Alles klar. Aber auch nicht. Dann eben... ...auf der... ...altmodischen Naht. Äh... So, 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 so. Ah, gut. Sechstminder. Dann ist nicht viel, aber immerhin etwas. Es ist nicht viel, aber immerhin etwas. Bade. Ich weiß nämlich nicht, wie tief das da runtergehen wird. Landschaft wird geladen. Ach so, wir sind schon da. Okidoki. Ich werde das, glaube ich, eh noch einen höher setzen. Aber so ist das erstmal in Ordnung. Bap. Gut. Das dauert zwar, aber... ...tausendmal besser, wie... ...in den Tod zu stürzen. So, dann setze ich eine Fackel hin. Das sind wir sicher. Okay, ab hier... ...geht's jetzt erstmal... ...nicht weiter. Das heißt, ich werde jetzt... ...äh... ...ja, ich weiß noch nicht. Ich... ...ich... ...ich geh jetzt mal hier so runter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich sollte aufpassen, dass ich... ...ääh... ...ja... ...so ist vielleicht ganz gut. Erstmal. Oh mein Gott. Wie weit muss ich mich runtergraben? Wie weit, Minecraft, möchtest du, dass ich mich runtergrabe? Äh, die Fackel haben wir auf der Seite, dann kommt sie nächstes auf der hier. Ungefähr auf der Höhe. Ja, es ist schlau von mir, weil ich da eigentlich... Okay. Ich setze gleich ein tiefer. Ja, okay, ich setze hier hin. Das müsste auch gehen. Ja. So. Halt. ...ne Wendeltreppe ist auch was Feines. Das wird uns... ...viele Leitern kosten, dass wir da runterkommen. Und ich habe das Gefühl, es gibt kein Ende. Oh Gott, wie weit geht das denn hier runter? Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgenommen... ...äh, mitgebracht. Ich habe... ...ja, das ist noch ein gutes Stück. Wo sind die Fackeln? Die sind auf... ...ö, am Blick. Auf der Seite. Okay, dann kommt hier jetzt die nächste hin. Ich wollte gerade das Wasser setzen, das wäre jetzt ganz schlau gewesen. Ich habe keine Lust, da runterzufallen. Das geht sehr weit runter. Na, komm, langsam mal... ...Licht. Oh, Alter. Ich könnte mit dem Wasser mich runtergraben, aber den werde ich, glaube ich, runtergehen. Oh, Alter. Das Ende ist nah. Ich weiß es genau. Oder auch nicht. Okay. Eine Fackel und weiter geht. Haben wir noch? Ja, wir haben noch. Okay. Also bis jetzt sehe ich echt noch kein Ende. Ich sehe auch noch kein Licht an der Seite rausgucken, was sich meldet. So nach dem Motto, hallo, du bist eingekommen. Aber das liegt auch daran, weil wir hier sehr weit oben sind und ich habe keine Ahnung, wie weit es hier runter geht. Naja, dann haben wir zumindest genug Stein erstmal, ne? Ja, das auf jeden Fall. Ja, das auf jeden Fall. Oh, Alter. Hallo? Gibt es hier vielleicht auch irgendwann mal ein Ende? Deinen? Gleich tym. 朋友ast age. Ja. Ja. Aus could, auf jeden Fall. Was ist etwas hier? Duump elabor trabalgst. Ich war schon lieber.